Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alja, ich bin dein Podcast-Host und heute teile ich mit dir sechs Gründe, warum wir den Menschen danken sollten, die uns in unserem Leben am meisten verletzt haben. Und auch wenn das jetzt erstmal etwas merkwürdig klingt, möchte ich dich daran erinnern, dass diese Menschen dir sehr, sehr gute Dinge beigebracht haben. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wahrscheinlich kennst du das selbst in deinem Umfeld oder aus der Vergangenheit. Es gibt Menschen, die wir lieben, die wir geliebt haben und diese Menschen haben uns mit am meisten verletzt. Und oft ist es dann doch so, dass man, wenn man zurückblickt und der Schmerz verheilt ist, erkennt, dass alles gut so war, wie es gewesen ist. Und das erkennt man natürlich nicht, wenn man gerade im Prozess ist, verletzt zu werden. Deswegen möchte ich dich heute nochmal daran erinnern, warum du den Menschen, die dir den größten Tritt in den Hintern gegeben haben, am meisten danken kannst. Auch wenn du gerade in einer traurigen Phase deines Lebens bist, möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine. Dafür gibt es den Podcast hier. Dafür gibt es meine Website www.mindfulconnection.de, wo du Coachings mit mir buchen kannst zum Thema Beziehungen, Stressresilienz und Beruf oder Berufung finden. Ich bin Coach, ich bin Trainerin und freue mich sehr darauf, dich zu begrüßen in meinen Coachings, also kannst gerne ein kostenloses Kennenlern-Gespräch mit mir buchen. Und ich würde dich bitten, YouTube zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, genauso wie bei iTunes oder Spotify oder auf welchem Kanal du auch immer diesen wunderbaren Podcast hörst. Ich freue mich, wenn wir uns verbinden, auch bei Instagram, at a mindful connection, was so viel heißt wie eine achtsame Verbundenheit und damit meine ich natürlich die Verbundenheit mit dir selbst. So, jetzt habe ich mich ja aber um Kopf und Kragen gelabert. Jetzt teile ich mit dir die sechs Tipps, warum du Arschlöchern in deinem Leben danken kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, wir sind alle schon mal von Menschen verletzt worden. Ob es die Eltern sind, Geschwister sind, ob es der Partner, die Partnerin ist oder ob es jemand ganz anderes ist in deinem Leben. Wir alle haben schon Verletzungen und Enttäuschungen erlebt und ich möchte heute mit dir sechs gute Gründe dafür teilen, warum du diesen Menschen am Ende dankbar sein kannst. Denn Menschen kommen nicht ohne Grund in unser Leben. Es hat immer einen Grund, warum wir zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben auf bestimmte Menschen treffen. Ich habe die Erfahrung selber schon mal gemacht. Also in meinen Beziehungen zum Beispiel bin ich früher, so vor 20 Jahren, auf Menschen getroffen, die natürlich auch Wundepunkte in mir getriggert haben, aber die mich zum Beispiel zehn Jahre später gar nicht mehr berührt haben, weil die Themen, die ich mit diesen Menschen hatte, durchgekaut waren. Obwohl mich einige Menschen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr tief bewegt, berührt getroffen haben. Und das ist das Schöne an dem Thema Zeit. Je älter wir werden, desto unterschiedlicher oder anders werden unsere Themen. Je älter wir werden, desto mehr haben wir uns meistens mit alten Wunden, alten Verletzungen schon auseinandergesetzt. Wir werden immer fühliger. Zumindest ist das meine Erfahrung. Bestimmte Emotionen, die wir vielleicht lange unterdrückt haben, kommen immer mehr in die Oberfläche. Insofern ziehen wir aufgrund dieser Programmierung, aufgrund der Tatsache, dass da bestimmte Emotionen noch gefühlt werden wollen, auch neue Menschen in unser Leben, die uns vielleicht vor einigen Jahren gar nicht getriggert oder berührt hätten, aber uns jetzt triggern, weil jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Menschen ist. Ich hoffe, Du verstehst meinen Punkt. Ich komme zum ersten Punkt, warum wir Menschen danken sollten, die uns am meisten in unserem Leben verletzt haben. So Paradoxes klingt, wenn Menschen uns verletzen können, haben wir in dem Moment diese Menschen tief, tief geliebt. Menschen, die uns nicht so tief berühren oder Menschen, die nicht diesen Effekt auf uns haben, für die haben wir auch nicht diese starken Gefühle. Und es ist so schmerzhaft, aber genauso schön, diese tiefen Gefühle zu haben. Denn so tief verletzt zu werden, kommt auch immer mit dem Geschenk, das wir tief geliebt haben. Dass uns ein Mensch zu dem Zeitpunkt unseres Lebens sehr, sehr wichtig war. Und das ist ein wahrhaftiges Geschenk, sich so tief von jemandem berühren lassen zu können. Und klar, Verletzungen tun weh, aber diese Gefühle, die wir hatten, waren in dem Moment wahrhaftig. Und allein diese Gefühle gefühlt zu haben, dafür kann man dankbar sein. Und so tief fühlen zu können, ist ein Geschenk. Wenn Gleiches in dem Moment der Verletzung garantiert nicht so wirkt. Das weiß ich. Aber rückblickend betrachtet ist es ein Geschenk, Menschen so tief an uns herangelassen zu haben, so tief in unser Herz gelassen zu haben, dass sie auch sozusagen die Macht hatten, uns in dem Moment zu verletzen. Natürlich nur, weil wir es zugelassen haben. Der zweite Grund, warum wir Menschen danken können, die uns zutiefst verletzen oder verletzt haben, ist, dass gerade schwierige Beziehungen uns häufig dahin pushen, dahin bewegen, unser Verhalten oder uns selbst zu verbessern, zu verändern. Wenn wir uns hilflos, ohnmächtig, alleingelassen, im Stich gelassen fühlen, voller Schmerz, lernen wir, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Wir lernen Selbstfürsorge. Und es tut echt weh, wenn man es auf die harte Tour lernen muss. Aber irgendwann im Leben gibt es diesen Punkt, wo wir einfach für uns selbst lernen müssen, einzustehen und wo wir uns selbst entwickeln müssen. Und wenn wir das nicht von uns aus tun, dann wird uns das Universum jemanden in unser Leben schicken, der uns wirklich an den Rand der Klippe bringt, sodass wir gezwungen sind, zu springen irgendwann. Wenn wir uns hilflos fühlen, lernen wir, Verantwortung für uns zu tragen. Wenn wir uns benutzt fühlen, dann fühlen wir irgendwann auch oder erkennen unseren Wert. Wenn wir missbraucht werden, entwickeln wir Mitgefühl. Wenn wir uns festgehängt oder so stuck fühlen, kapieren wir irgendwann, dass es immer eine Wahl gibt. Wenn wir akzeptieren, was uns jemand angetan hat in dem Moment, können wir am Ende einfach nur verstehen, dass niemand Kontrolle über uns hat. Denn die einzige Kontrolle, die wir haben, ist die über uns selbst und über unsere eigenen Entscheidungen. Und wenn wir uns aus toxischen Gegebenheiten, Begegnungen nicht lösen können oder noch nicht lösen können, ich sage ja immer gerne noch nicht lösen, denn irgendwann tun wir es, dann ist die Zeit noch nicht unbedingt reif. Dann gibt es noch etwas, was angesehen werden darf. Dann gibt es möglicherweise noch etwas, was geheilt werden darf. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns lösen. Wir ändern unser Verhalten und erkennen uns selbst durch solche tiefen Begegnungen, die nicht immer schön sind. Der dritte Grund, warum wir diesen Menschen danken können, der steckt auch schon in dem zweiten Punkt so ein bisschen drin. Und diese Menschen begegnen dir nicht aus Zufall. Sie sind unsere Katalysatoren für ein besseres Leben. Sie sind Lehrer, Lehrerinnen auf dem Weg in ein besseres Leben, auf dem Weg zu uns selbst. Und manchmal finden wir uns nur selbst durch den Schmerz. Und Rumi hat das so schön gesagt, die Wunde ist der Platz oder der Ort, wo das Licht eintritt. Die Wunde ist offen, wenn uns manchmal Menschen tief berühren. Und wie gesagt, das muss nicht immer schön sein. Aber da kann dein Licht durchscheinen. Da kannst du zu dir selbst kommen, dich selbst erkennen, dich selbst halten und heilen. Und das ist ein so wertvoller Prozess. Ich habe das in den letzten Jahren durchgemacht. Ich habe gelernt, Anteile von mir zu erkennen, zu entdecken und zu halten und zu lieben. Und das ging nur durch den Schmerz. Der vierte Grund, warum wir unseren kleinen, lieben, süßen Arschlöchern danken können, ist der Punkt, dass Menschen, die viel durchgemacht haben, die schwer verletzt wurden, die Schmerz erfahren haben, die Leid erfahren haben, die vielleicht Narzisstisches braucht wurden, die gekränkt wurden, die verletzt wurden, auf welche Art und Weise auch immer, diese Menschen sind meistens die Menschen, die weiser und liebevoller und glücklicher sind, weil sie wissen, wie viel Scheiß am Tiefpunkt des Lebens ist. Und die wissen genau das Glück und das Gegenteil dessen noch mal mehr zu wertschätzen. Sie haben sich durchgeackert durch den Schmerz. Sie sind nicht über den Schmerz hinwegzwingt gekommen, aber sie haben sich durch dieses Nadelöhr gezwängt. Sie haben ihre Gefühle angenommen. Sie wissen, wie sich Schmerz anfühlt. Und sie sehen den Schmerz in anderen Menschen und können diesen Schmerz halten und aushalten. Ich habe einmal in einer Coaching-Session, das fand ich so schön, habe ich eine Übung gemacht mit meinen Klientinnen und habe auch bei der Übung selber mitgemacht. Und eine Klientin saß vor mir und hat mir in die Augen gesehen und fing an zu weinen. Und das war eine Frau, die so selten weint. Und sie meinte zu mir, sie sieht ihren Schmerz in meinen Augen. Und das war für mich so ein großes Kompliment, weil ich habe keine Hemmungen, diesen Schmerz zu zeigen, weil ich bin durch viel Scheiße durchgegangen in meinem Leben. Ich glaube, sonst wäre ich auch kein so guter Coach, weil ich nicht in der Theorie coache, sondern wirklich aus praktischen Erfahrungen coache. Und mich hat das so berührt, ich sehe meinen Schmerz in deinen Augen, ich sehe meinen Schmerz in deinem Schmerz. Und ich habe das gehalten, dieses Gefühl. Und ich habe keine Angst vor Schmerz. Ich war schon früher als Teenie oder als junges Mädchen oder als junger Erwachsener. Ich habe keine Sorge, mich durch meine Gefühle zu wälzen. Das hat unter anderem auch den Grund, dass ich hochsensibel bin. Das kommt dann noch so on top auf alles dazu. Aber diese Menschen, die diesen Schmerz erlebt haben, die sind oft umarmender, weil sie das Leid von anderen Menschen gut nachvollziehen können und eben auch gut halten können. Die Präsenz ist halt da. Wir können diesen Schmerz, dieses Leid, diese Traurigkeit, diese Ohnmacht halten, weil wir sie selber kennen. Oft ist es auch so, dass wenn Menschen, sag ich mal, nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben mit einem Gegenüber, dass sie oft auch bewusster sind, dass sie natürlich bewusster darauf achten, wen lasse ich denn in meinem Leben, wie kreiere ich mein Leben. Die sind dankbar. Die sind mitfühlend, einfühlsam, sensibel. Oft auch wirklich einfach freundlich. Freundlich, weil sie wissen, wie unfreundlich eine andere Seite aussehen kann oder wie unfreundlich einem das Leben auch manchmal entgegenschlägt. Und das ist natürlich jetzt kein Allgemeinplatz. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Aber wenn wir uns wirklich einlassen auf unseren Schmerz, den wir im Kontakt mit einem anderen Menschen erlebt haben, wenn wir uns darauf wirklich einlassen, werden wir weicher, weil die Mauern um unser Herz abgetragen werden. Und klar, es gibt auch Menschen, die gehen genau ins Gegenteil. Die machen ihre Mauern, ihre Schutzmauern noch höher. Aber die Menschen meine ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass diese Menschen die falschen Schlüsse aus den Verletzungen ziehen. Im Prinzip geht es darum, weicher zu werden. So dieses schöne Wort, sich hinzugeben, ja, Surrender. Sich wirklich dem Leben hinzugeben und zu vertrauen. Das ist eine ganz, ganz große Gabe. Und die kann man in solchen Momenten durch solche Menschen lernen. Der fünfte Grund, warum wir diesen wunderbaren Menschen danken können, die uns so verletzt haben, ist der Punkt, dass sie dir zeigen, was du am Ende verdienst. Denn diese Beziehungen, die haben dich am Ende gar nicht wirklich verletzt. Die haben dir nur diesen Teil in dir gezeigt, den du noch nicht wirklich geliebt hast. Und das ist am Ende, was passiert, wenn wir über diese Beziehung hinauswachsen. Wir erkennen, dass wir mehr wert sind. Und wir wählen mehr. Wir verstehen, wie naiv und wie blind wir waren, dass wir Ja zu jemandem gesagt haben, der eigentlich gar keinen Platz in unserem Herzen und in unseren Gedanken hätte haben dürfen, weil der uns nicht glücklich macht oder uns nicht glücklich hätte machen können. Weil wir keine Rolle in seinem oder in ihrem Leben spielen. Und irgendwann erkennen wir aufgrund dieser Erfahrung, dass wir so viel mehr verdienen als das, als diese Brosamen, die uns hingeworfen wurden. Der letzte Grund, warum wir diesen Menschen danken können. Wir wissen, wenn wir über diese Menschen hinweg sind, die uns so verletzt haben, wir wissen es in dem Moment, wenn wir wirklich aus vollem Herzen sagen können, Danke. Danke, dass es dich in meinem Leben gegeben hat, denn du hast mir gezeigt, wo ich mich noch mehr lieben kann. Du hast mir gezeigt, wo ich noch liebevoller mit mir sein kann, wo ich noch fürsorglicher mit mir umgehen kann. Du hast mir gezeigt, was ich wirklich verdiene. Du hast mir meinen Wert gezeigt. Wir sind dann über diese Menschen hinweg, wenn wir nicht mehr alles wiederkeulen, was sie gesagt haben, wenn wir nicht mehr klammern an Hoffnungen, die wir haben in Dinge, die wir irgendwas reininterpretieren, sondern wirklich dankbar sind, wie gut sie dich gelehrt haben, auf dich selbst aufzupassen, dich selbst anzunehmen, dich selbst wertzuschätzen und dich selbst zu lieben. Wenn du gerade in so einer unschönen Situation steckst, fühl dich von Herzen von mir umarmt. Ich kann dich sehr gut nachempfinden, deswegen habe ich heute diesen Podcast extra für dich aufgenommen, damit du weißt, du bist unendlich geliebt vom Leben, denn allein, dass du geboren wurdest, ist eine Liebe des Lebens an dich, ist ein Geschenk des Lebens an dich. Und du bist unendlich geliebt, du bist unendlich wertvoll. Und wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest, am Thema Selbstwert oder Selbstliebe, lade ich dich herzlich dazu ein, auf meine Website zu kommen, www.mindfulconnection.de. Du kannst ganz unverbindlich ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen und dann können wir deine Themen angehen, an deinen Themen arbeiten. Ich freue mich unglaublich auf dich. Abonniere meinen Kanal, like mich, connecte mich bei Instagram. Ich freue mich total auf dich und freue mich auf dich nächste Woche. Alles Liebe. Bis dahin. Deine Alia.